Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mal wieder ein bisschen in China geshoppt. Das sieht man immer an diesen wundervollen Päckchen. Naja, Plastiktütchen. So, was haben wir hier? Ein Mobile Eye Wheel Recorder. Oh mein Gott, ja, er ist da. Es ist eine Sonnenbrille mit Digitalkamera drin. Oder mit Kamera drin. Sagen wir es mal so. Was haben wir hier denn an Quality Polaroid Lens von Brandmakers. Was ist denn das? Fünf Stunden Videoaufnahme. Okay, so sieht das gutes Stück aus. Es ging auch super schnell. Ich habe das jetzt erst bestellt. Das ist unglaublich. Oh, das ist ja nice. Es hat auch nicht wirklich viel gekostet. Es ist direkt in so einer wunderschönen Box drin. Zack. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier ein USB-Kabel zum Laden. Ein Brillenputzbuch. Und einfach mal die Brille. Die Sonnenbrille mit. Hier an der Seite, wie man sehen kann, Micro-SD-Karte, Mikrofon. Hier ist An- und Ausschalter. Hier ist die Ladebuchse. Und hier vorne drin ist die Kamera. Ich werde natürlich, natürlich, ich werde das Ding jetzt erstmal laden, weil ich nicht glaube, dass das auch nur im geringsten vorgeladen ist. Nö, ist es nicht. So sieht das gutes Stück aus. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Oder meinen Kanal abonnieren. Oder ähnliches. Bis denn dann. Ciao.